Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Niklas Osterloh, ich spiele den Paul Wiedmann bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und ab jetzt bin ich wieder hier. Oh, was ich so erlebt habe in den letzten drei Monaten, relativ viel. Es war toll, eine kleine Auszeit zu haben und mal andere Setluft zu schnuppern. Wir waren extrem in Wetterbedingungen ausgesetzt, ob Hitze oder Flut. Ja, und dann bin ich noch ganz spontan Papa geworden. Vor drei Wochen, ja, zweite Tochter. Aber ich bin froh, wieder hier zu sein und es klingt immer doof, wenn man sagt, im Alltag zurück. Aber das Schöne ist ja, dass mein Beruf ist ja mein Hobby, meine Leidenschaft und insofern, also beziehungsweise mein Hobby, meine Leidenschaft ist ja mein Beruf. Insofern, ja, ich bin einfach froh, wieder da zu sein. Macht Spaß hier. Hey, euch hat das Video gefallen? Sehr gut. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann einfach hier klicken und wenn ihr ganze Folgen sehen wollt, dann einmal hier. Bis dann. Achso. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Klicken.